Hallo, also kennst du das, wenn du einen Kampf gegen Murimedalier hast und er macht einfach so einen Skibli-Doodle und dann boom und du leagst und du fällst auf meinen Abonnierknopf und presst voll ab und kommentierst einfach Gurke? Nein? Okay. Stehen geblieben! Du hast das Law gebrochen. Alright, alright. Oh, scheiße. Soulty Chat hat eine neue Version. Was? Was ist jetzt passiert? Ah, Aktualisierung abgebrochen. Warum? Wofür? Ah, ich bin heute Mittelscheitel-Henry. Gefällt euch denn? 5M und das Warten. Oh, weißt du, ist Mittelscheitel-Henry geworden? Sieht man ihn? Nein, der ist nicht ganz mittig. Dann seid ein Mittelscheitel-Henry. Jungs, Skala 1, bist deine Mutter wie sich aus? Oh, der ist gut. Guckt euch ihn euch an. Holy shit, es geht los. Komm, gib mir irgendeinen 5M-Song. Magst du das? Kannst du jetzt schlafen? Schlaf ein. Es geht los. Es gibt einen Song. Sponsor 2, ja. So, das ist noch mal. Henry Gurke. Ha, ha. Hallo, Leute. Ähm, hattet ihr eine schöne Zeit? Hallo? Boys? Seid ihr meine Boy-Toys? Hallo? Was geht? Kollege? So, dich meine ich. Dude. So, okay, nein, nicht. Ich kann immer noch mich schlagen. Nicht mal außerhalb der Safe Zone. Oh, das wird ein Schmerz. Oh, okay. Ausparken. Fuck your sport. Sir, sie stehen ein bisschen da auf meinem Bike. Ich kann nicht losfahren. Sir, das ist mit dem Abstand das schlechteste Deal, den ich jemals gemacht habe. Gehen sie fucking runter von meinem Bike. Sir, komm schon, lass mich doch losfahren. Ich finde sie abnormal eklig. Ich sage ehrlich. Hallöchen, Lady. Was geht? Mordu, Annie. Na, Digga, warum endest du denn in dein Gesicht? In dein Gesicht? Warum redest du, wenn ich rede? Was zum Fick? Wir sind alle drei Glatzen. Glatzen. Kollege, hallo? Mach dir mal ein Angebot, dass du hoffentlich nicht ablenbst, ne? Ja, und zwar. So, nimm es an. Das ist ein bisschen Geld. Nimm es an. Rexu ist 12 geworden. Pimmelpeter. Hashtag Recht Gipfel. Spieler Fan von sexuell gelähmt ist Disconnected. Ja, das war interessant. Hey, hey. Da, wo ich herkomme. Oh, er macht. Ich liebe dich. Ich liebe dich und deine Braunüsse, Digi. So, zack. Ausparken. Gib ihm meinen Fahrgibus Sport, Digga. Verbiss dich von meinem verpflegten Wagen. Wie fahre ich los? Q, R, T, Ne, Z, U, I, K, B, H, H ist Licht. F, F gehe ich runter. X, T, V, Y, M. M. F***t euch. F***t euch alle diese Scheiße, Digga. Ich fahre jetzt. Ja, ja. Ich habe meine Macht gefunden. Wie sieht es aus mit Licht? Ah, das ist so süß. Das ist wie F***ing Baymax, der aber komplett Mörderrobot wird. Alright, alright. Officer, ich habe Glatze. Officer, ich habe Glatze. Officer, mein Wagen fährt sich nicht richtig. Boah. Was ist das hier eigentlich? Wo bin ich hier? Was ist das? Hoover Crips. Die Cripple Depression Boys sind hier. Aber absolut niemand ist hier. Das ist nicht schön. Eier. Ich liebe Eier. Ich will mein ganzes Geld ausgeben für eine Sache. Wenn der Fukuela fehlt, fühle ich mich unvollständig. Muss ich mich hier reinstellen? Ah, wir alle haben Haare. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Oh, scheiße. Ich bin ein bisschen Redhead geworden. Nein! Ich muss ja oder nein drücken, Alter. Wer kam auf die scheiß Idee? Gib mir Fukuhila. Gib mir Fukuhila. Readyhead. Aus dem Weg, ihr Nuss. Hier ist ja keine Seele. Das ist ja peinlich. So, ich muss mal den Polizisten vielleicht fragen. Oh, hier ist kein PD. Was zum F***? Wo ist denn das alles? Da oben? Noch nie ein PD so weit weggesehen vom eigentlichen Schandfleck der Insel, Digga. Running on a bike. Ist das ein Medic-Auto? Oh, das ist interessant. Ist das auf? Oh. Sir, Sir, brauchen Sie medizinische Versorgung? Oh, okay. Daneben nicht. Hilfe, Hilfe. Sie sehen mir aus, als bräuchten Sie medizinische Versorgung. Soll ich Ihnen helfen? Sir, hallo? Braucht einer von euch medizinische Versorgung? Danke. Sicher nicht? Du siehst mir ganz schön hässlich aus, mein Junge. Ich kann eine Schönheitsoperation auch hier durchführen, Digga. Wichser, Digga. Wie hässlich du bist. Pah, was hast du für einen Wagen? Der sieht ja Arsch aus. Hey, kannst du das? Ne? Kannst du nicht? Alter, das ist immer neidisch, Digga. Hey, what the hell? Okay. Ah, nein, 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 ah! Mensch. Ja, da wollte ich nur Automobil und dann habe ich kein Automobil bekommen. Gottverdammt. Scheiß, Edwin, nimm mir einen gottverdammten Wagen. Denkt er mir fucking besonders. Hier sind die coolen Boys. Ähm, okay. Äh, he. Schmutz, absoluter Schmutz. Ich hasse mein ganzes Leben. Ey, hier ist ja wirklich tote Hose. Dachte ich schon, hier waren noch 200 Leute drauf. Wo sind denn die? Hey, oh, Sir. Sir. Ja? Sind sie ein Mann des Geschäftes? Ich meine, haben sie ein paar Kontakte, die ich mir eventuell aussuchen sollte? Für? Business, du weißt schon. Da bin ich die falsche Ansprechperson. Ich hatte nämlich die absolut geniale Idee, Pisse und Scheiße von Gottverdammt Onlyfans-Frauen zu verkaufen. Ich glaube, das wird runtergehen wie Öl. Da gibt's die Application Yellow Page. Das sind wir ganz verschieden. Alles klar. Warum nicht meine Onlyfans-Idee, sonst Pisse und Kacke. Nicht alles auf dich. Digga, bin ich hier nicht im Mittelpunkt? Okay. Warum bin ich so schlags, hab ich vor 150? Ist alles in Ordnung? Okay, jetzt ist Nudelhand auf mir. So, so sind so. Hör auf wie ein Roboter zu sehen, du Stück Scheiße hier. Oh fuck, der hat eine Waffe. Der hat eine Scheißwaffe. Let's see. Ah. Gold RP. Meine Damen und Herren, ich bin so froh, vor diesem Server zu sein. Der Server war Arsch, let me be real. Back with another milk. Help. Boah, eine Rollenspiel. Gossen Glück, 27 Leute. Da bin ich schon drauf. Scharf, oh scheiße. Jetzt bin ich auf Flix RP. Da, Leute, erst mal die Scheiße von Flix RP. Ey, Jungs. Der hat einfach meinen Installer geklaut. Henry Goki ist auf den Prinz in Gurke aufgestiegen, Digga. Jetzt, wenn ihr nur denkt, Henry Goki ist ein Abklatsch, Bartu. Seht ihr das? Halt deinen Scheißmaul. Ah, ich erinnere mich an Ice Life. Das ist eine Tradition, die ich jetzt fortführen werde. Entschuldigung, Entschuldigung. Sir, hören Sie mich. Sir, Sir, könnt ihr mir... Aua. Ja. Nein, 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 ich mag nicht mehr. Dann pissen Sie sich von meinen Eiern. Sir, warum sehen Sie eigentlich so scheiße aus mit Anglerhut? Baby, komm mal her, Baby. Okay, warte, einen kleinen Kuss gebe ich dir, okay? So, Sir, wo war der Kuss? Oh, die Liebe! Bleib ruhig, zerschlag nicht alles, was du siehst. Das ist das Ziel. Hey, Shaky Wharf, selber! Shaky, 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 shaky. Was noch? Digga, das ist so peinlich. Wer hört das wirklich privat, gerade ehrlich? Oh, Luke Skywalker? Ah, Prinzessin Leia. Ich habe das Gefühl, ich habe den Joke schon mal gebracht. Oh, der sieht nicht gesund aus. Kollege. Hä? Das ist kein Spieler. Dann nehme ich einfach den Wagen von ihm. Warum hat einer von euch zuvor noch einen Anglerhut oder sowas? Ach, für einen Freund. Hey, Polizei, verpiss dich mal, Digga. Widerlich. Geh mal weg. Mach mal Schritte, Digga. Was hast du für ein T-Shirt? Ist ja widerlich. Bist du aus, du hässlicher, du. Was willst du von meinen Eiern? Hast du was gegen mich? Nenn mich hässlich noch einmal. Entschuldigung. Ja, aber so ist es. Haben Sie eigentlich schon... Ah! Dieses Mal war es absolutes, pures Gold, wie ihr merkt, Digga. Na, 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 na. Defend cool Roleplay. Keine Eile, weiß es nicht mehr. Leckt meinen Anus. Ich nehm euch alle Ops. Oh, oh! Das ist ein guter Geschmack. Oh! Boah, ist das ein guter Hit. Maschallah. Oh, oh! Sie können doch nicht mit Song einfach schon fertig laden lassen. Henry Gurke. Ja, genau so sieht Henry Gurke aus. Badababada. Ah, ich bleib einfach dunkel. Okay. Ich bin kein Rassist, liebe Leute. Identifiziere mich nicht als rassistisch. Morgen, Jungs. Hattest du mich bitte nicht einfach so zu mir umdrehen? Das ist weird. Geil. Magst du das? Ja, ich mag das übel. Das ist voll geil. Ich hab Mädchenzöpfe. Willst du das auch? Ja. Lass uns mal gemeinsam Einreise machen. Du musst meinen Arsch carryen. Ja, ich weiß selber nichts. So, das ist mein Charakter. Das ist mein Charakter. Mein Charakter ist ein ganz schönes Schickimicki-Bitch, Digga. One, two, buckle my shoes. Wo ist der f***ing Fukuhila? Mit Nummer 103, wie viele Friesen kann man haben? Ich bin doch nur ein f***ing Fukuhila. Da, give me the block. What the f*** happened? Schöne schwarze Jeans. Absolute Goldstiefel. Ich hab auch ein bisschen Pustel in der Fresse. Oh, ich pustel in der Fresse. Das ist Muttermal, oder? Ja, Mama hat mir das gemacht. Ähm, ähm, äh, Entschuldigung. Ich hab eventuell Angst vor Autorität. Wenn sie Sorgen haben wegen Einreise oder so, das ist nicht schlimm, ist. Ah, perfekt. Einmal eine Schlange bilden. Komme ich Fragen gestellt, hallo? Ich hab auch keine Löcher. Mir wird nur gesagt, ob du löchrig bist oder nicht, Digga. Es ist schlimm, wenn ein Loch ist. Ich krieg meine Arme nicht gerade, yo. Digga, was hast du für ein Bizeps? Der ist ein Mikro. Ja. Hey. So, ich wollte nicht auf Bizeps gehen. Oh, ich bin ein freier Elf. Ah, am wenig. 50 Dollar pro Minute. Ist das so viel? Ja, komm, mach mal 20 Minuten. Weißt du, wo mein Wagen jetzt ist? Ich glaub da hin. Ah, da, ich seh ihn. Nimm ich mal auf Süß mit. Ja, wohin willst du? Digga, bring einfach Auto aus Süßland, ja? Da warte ich keine Abkürzung da hin. Ich mach das jetzt extra lange, Digga. Oh, scheiße, das musst du. Keine Sorge. Ja, ich fahr ein bisschen kacke. Ich weiß, ich hab Führerschein im Lotto gewonnen, Digga. Hab die Abkürzung vorhin verfehlt, warte. Ja, oh, ich bin auf D-Funk gerade ein bisschen mit Kollegen am reden über andere Games. Also kein Meta, ja? So was macht man nicht. Oh, C-Talk auch nicht, ja. Das ist der B-T-D-Funk. Ja, das war so gewollt, keine Sorge. Da muss ich hin, das ist die Abkürzung. Ja, Auto, verlass mich nicht. Auto! Okay, das ist ein bisschen scheiße. Okay. Und, wie war ihr Tag so? Ja, ich bin ein bisschen scheiße im Fahrrad. Ich bin nämlich Gurke Schumacher. Geiler Typ auf jeden Fall. Okay, gut. Direkt Geisel. Nein, Bruder, ey, bitte bleib stehen. Für was? Für was? Ey Waller, wir verrecken, Bruder. Bleib stehen. Warum sollten wir sterben? Oh Gott, der hat er ballert. Ich seh niemanden. Das ist also nicht wahr. Die Polizei kommt, die retten uns. Wo sind sie? Ich seh niemanden. Warum siehst du keinen? Keine Ahnung. Er hat die auf uns gekocht. Ich hab die nicht gehört. Ich hab nichts gesehen. Warte, wir müssen mal sowieso kurz hier stehen bleiben. Ich glaub, ich muss mal ganz kurz. Ja, ja, das ist genau das, was ich brauche. Okay, Papa, ich kann nicht aufstehen. Der kann nicht aufstehen. Ah, Papa, ich liege in 90 Grad Pose da. Nein. Ah, jetzt, jetzt, danke. Kann ich dich küssen? Nein. Auf, süß. Warte, komm mit. Schick dieses Auto hier gleich. Ich schick. Komm, wir müssen in den Knast. Ich seh nichts. Zah, da, 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 genau. Wurde ich, du hast keinen Finger, Digga. Rechts. Jetzt noch mal rechts. Was soll ich sehen? Digga, das ist AIDS. Ich glaub, ich muss... Oh, restart. Entschuldigung, warum parkt ihr sie so in der Mitte? Ich muss mal auch hier vorbei. Nein, 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 nein. Oh Gott, danke, danke. Was ist los? Hallo? Hallo? Was parkt ihr so beschissen auf der Mitte, Digga? Macht euch einen scheiß Job am Straßenrad. Ich hab Arbeit zu erledigen. Warte, ich hab Grant. Püsst dich von meinen Eiern hier. Ciao. Oh, okay, nein, das war ein Spaß. Das war auch nur ein Spaß. Ich wollte das sowieso niemals machen. Bleib ruhig. Nicht der, für den du dich hältst. Hast du ein drittes Auge an? Nein, guck nach, guck nach. Ich werd nur weiterfahren. Okay, nicht auf die Reifen, Digga. Scheiße, ich wurde auf 5M erkannt. Warum? Ihr habt mir meinen tästlichen Reifen zerdonnert. Nur mich zu verfolgen, weil ich nicht auf Grant bin. Die wollen meine Eier. Dann sollen sie das haben. Dann lauf ich halt zu Fuß. Das ist sowieso meine Stärke, du Mixer. Keine Sorge, Henry Goke ist stärker, je mehr Muttermale er im Gesicht hat. Polizei, nein, 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 nein. Nein, ich stehe. Wenn ihr mich verfolgen wollt, müsst ihr mein Ohr. Mein Gott, verdammt sie zu Hause gehen. Hallo? Oh, scheiße. Alle eingesperrt. Alle ausgetrickst. Oh Mann, ich muss jetzt warten, bis der Erste wieder raus will. Digga, die haben da drin ihre Beschäftigung gefunden. Den Spaß ihres Lebens haben die gerade. Oh, das ist lustig. Das ist funny, you know. Das ist irgendwie ziemlich uncool. Okay. Oh, oh, okay, ich hab noch einen hoch. Mein Schatzi, auf geht's. Ich hab noch eingesteckt für 10 Minuten. Kann man dich auch einsperren? Fürst du nur schuld, du Stück Scheiße? Wie kannst du mich einfach hier festnehmen? Ah, ah. Und? Ah, 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 die Knöten. Hallo? Oh, Sir, schreiben Sie das bitte auf. Das ist, das ist doch absolut... Oh, er fasst mich un-un-un-unnut an. Das ist ja nicht die Gurke. Er hat seine Hand in meinem Arsch. Oh, er benutzt mich wie eine fucking Handpuppe. Die Handfeste lösen mich nach 10 Minuten. Das ist auch wie Knast. Okay, ich fühl mich schön. Das ist aber jetzt scheiße. Ich hoffe, ihr verweckt. Widerlich. Alright, war dann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da. Ich wäre Ihnen so dankbar. Ich wäre so dankbar, Digi. Ciao. Oh, was hat das Spongebot?